Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zerraria. Ich habe gerade ein Problem mit meinem Aufnahmeprogramm. Ich weiß nicht wie das passiert ist, aber mein Aufnahmeprogramm ist während der Aufnahme, ohne dass ich gemerkt habe, abgestürzt. Als Zeichen, also eine Entschuldigung, kämpfe ich nochmal gegen den Golem. Habe mir extra solche Lizardzellen wieder besorgt. Die waren schwer zu besorgen. Jedenfalls habe ich extra hier jetzt Kämpfe. Ich benutze auch nicht das besessene Ball. Die Rüstung muss ich leider nehmen, weil ich keine andere habe. Hier, ich zeige euch, was ihr einfach nur braucht. Diese drei Tränke, mehr nicht. Und die Schildkrötenrüstung. Ihr könnt auch die items, ihr müsst nicht Paladin Summer verwenden. Ihr könnt auch das hier, aber ich empfehle Paladin Summer. Ihr könnt auch die Terra Bill, falls ihr sie abbenutzen. Jedenfalls geht ihr hier, hier seht man die Fallen, die habe ich euch schon erklärt. Damit dürfte es locker funktionieren, sonst hätte ich ja hier nicht die Beetle Armor und so bekommen. Benutzt einfach hier, baut einfach hinter euch zu. Zack. Setzt euch hier rein und müsst einfach nur diesen einen da töten. Warte, erstmal bin ich hier. Aber das ändert sich gleich. Upsala. Nicht vergessen die Tränke zu nehmen, weil sonst kriegt ihr richtig viel Schaden. Hier am besten, wenn er noch dort ist, richtig viel Schaden machen und dann hier hin sich verpissen. Weil hier kann er mit dem Hammer, hier kommt er mit der Faust kaum hin. Außer er springt, dann kommt er manchmal zu einem hin. Aber es ist nicht schwer. Das einzige, was ein Problem wird, die Falle kann das nicht auswesend, das kann keine Falle eigentlich, dass du so wenig Damage da bekommst. Da kannst du nichts dagegen machen. Am besten, wenn ihr das besessene Beil habt, wechselt ihr zum besessenen Beil hier. Ich empfehle es, ich habe die ganze Zeit mit Paladinshammer gegen ihn gekämpft. Upsala, bin jetzt ein bisschen nach vorne. Egal. Hier, ihr setzt euch rein. Zack. Das funktioniert auch mit der, selbst mit der Beetle, äh, selbst mit dem, ähm, Schirkelmössung. Nur, wenn ihr so ein Dauerfeuer macht, am besten ihr geht die ganze Zeit hoch und runter. Guck mal, ihr ertresst mich kaum. Und im Notfall trinkt ihr so einen Trank hier. Es ist nicht schwer, wie gesagt. Das kriegt ihr, das kriegt ihr ganz einfach hin. Ich vertraue euch, dass ihr das hinkriegt. Ich habe es so hinbekommen. Jedenfalls, ich brauche noch gerade ein paar Beetle Materie für die Flügel. Da habe ich mir gedacht, nehme ich es auf, weil irgendwie wollte ich gerade das, auch das schneiden. Und es hat nicht funktioniert. Am besten ihr benutzt die Tränke. So, jetzt habt ihr, habe ich wieder voll HP. Jetzt macht ihr hier so ein Dauerfeuer. Und wenn ihr hier sitzt, für jeden, der die Schirkelmössung hat, der darf das nicht nachmachen. Der stirbt. Die Beetle Ammer stärker als sie. Das darf man nicht vergessen. Deswegen kann ich jetzt warte, wenn der Kopf abfällt. Ja, geht doch ab, Kopf. Also der fliegt da in der Kopf. Keinem hinterher. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, der fällt ab. Wenn ihr in der Schirkel rücken, jetzt könnt ihr noch, meine ich. Aber wenn es knapp wird, von hier. Oh Gott, ich finde den Winkel nicht. Geht doch. Hier, ich kann jetzt hier weiter stehen bleiben. Aber jeder, der die Schirkelmössung hat, der beginnt irgendwann auch da ein Dauerfeuer. Aber für die Beetle Ammer ist es jetzt nicht sehr extrem schwer, das zu halten. Hier, zum Beispiel so. Da empfehle ich für jeden, halt wenn die HP-losen, einfach in und her gehen und die Falle arbeiten lassen. Die Falle macht genug Schaden. Ich mach das jetzt nur so, zum Beispiel jetzt, wenn ich hier so low wäre und diese Schirkelmössung hätte. Ich bin auch schon einmal gestorben hier. Ich bin schon mal gestorben bei dem Kampf. Ihr müsst einfach ausweichen, die Falle wird schon den Rest erledigen, wenn ihr genug Schaden gemacht habt. Hier so, zack. Und so besiegt ihr ihn ganz einfach. Halt, ich hab jetzt die Beetle Ammer. Wie gesagt, ihr müsst halt mehr euch bewegen mit dem, mit der Beetle Ammer. Bewegt euch. Also, mit der Schirkelmössung, was hab ich hier? Ich verwechsel die ganze Zeit. Jedenfalls, mit der Schirkelmössung, bewegt euch mehr. Bewegt euch. Ihr dürft weniger Schaden bekommen. Ich krieg jetzt weniger Schaden durch diese Beetle Ammer. Besessen ist bei Kraft. Nö, ich find meinen besser. Ich hol mir das auf Balto Fromm. Oder geht das auf Legendär? Ich weiß es nicht. Ich werd's herausfinden. Ich hab genug Platin-Münzen. Einmal durch den Kampf und durch diese Suche nach Paladin. Das war eine Beschärung. Hier, wenn ihr das besessene Beil habt, ich würde darauf wechseln, falls ihr Paladins haben habt. Wechselt auf das besessene Beil. Es ist stärker. Viel stärker. Viel, viel stärker. Jedenfalls, ich bin jetzt wieder voll. Geht's nach Hause. Ich brauch auch hier genug von diesen Tränken. Ups, so lang. Muss was ein bisschen. So. So, jetzt hab ich erstmal genug Vorrat für... Also, genug Vorrat von diesen Tränken. Vier Stacks dürfen erstmal reichen. Und zwölf noch von denen. Jedenfalls, ich muss hier warten auf die Invasion. Das ist, glaub ich, der nächste Boss, den ich machen muss. Jedenfalls, das war's für den Video. Ich konnte leider den ersten Kampf nicht aufnehmen. Aber ich hoffe, es war trotzdem okay. Es funktioniert. Keine Sorge. Ich hab's geschafft. Ihr braucht nur diese drei Tränke. Die sind einfach zu machen. Eisenhaut. Ich sag euch mal, was ihr dafür braucht. Ich hab sie leider hier gerade nicht zur Auswahl. Nur einen. Aber ich muss gerade warten, bis da alle zehn voll sind. Jedenfalls, hier. Ihr braucht einmal für die Blume hier, braucht ihr die beide Tränke. Das ist am besten. Ich empfehle fünf. Dann könnt ihr fünfmal den Gulen bekämpfen. Jedenfalls, fünfmal den. Das heißt, ihr braucht zehn von diesen Blumen. Und dann für den hier, braucht man aber fünf von denen. Jedenfalls, für den Wiederbelebungstrank, bräuchtet ihr... Oh, ich liebe die Sachse. Diese hier, fünf von diesen Mushroom. Wie gesagt, fünf. Eigentlich bräucht ihr nur einen für jeden einzelnen Trank. Und hier, den braucht ihr für den Flinkheitstrank. Und noch mit dem hier. Eisenhaut ist die, also... Den, also immer eine Wasserflasche. Und für den, wie heißt nochmal, für... Den Eisenhaut bräuchtet ihr natürlich fünf Eisenherz. Also ein Eisenherz pro Trank. Wie gesagt, ich empfehle immer fünf. Ach ja, und als Entschädigung wollte ich eigentlich die hier machen. Weil es gibt noch einen... Als letztes, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt bei mir jetzt so ist. Im Hardmode steht er. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt als Hardmode geltet. Also es dürfte eigentlich... Es dürfte eigentlich spawnen. Nachdem man den Golan besiegt hat. Aber ich weiß jetzt nicht... Egal. Jedenfalls... Wo habe ich das... Ah ja, stimmt. Bei Blöcke habe ich das hingetan, weil ich nicht wusste, wo ich das hin tue. Ich brauche die Pylonen. Warte, ich mache kurz hier den Altar hin. Upsala. Am besten hier. Zack. Am besten ihr macht... Hier ist langer Weg, langer Weg. Hier am besten nochmal ein langer Weg. Wenn ihr hier am besten... Ja, wie gesagt, so einen langen Weg. Am besten die Löcher zumachen. Weil es geht nach Weite. Wenn es weit genug ist... Es gibt schon eine Grenze, keine Sorge. Jedenfalls, das besessene Beil ist dafür richtig gut. Fällt mir gerade dafür auf. So. Zack. Ich habe das schon mal gemacht. So, zwei. Besessene Beil. Zeig deine Kraft. Jedenfalls... Ich mache jetzt die Wave. Ich habe die schon mal früher gemacht. Aber die war extrem schwer da. Da hatte ich irgendwie Night Age oder sowas. Zack, zack, zack. Ja, wie gesagt. Besessene Beil. Perfekt dafür. Anscheinend kümmern sich da meine Sklaven hier drum. Auch, die brauchen ein bisschen Hilfe. Bam, 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 bam. Wow. Ich hasse diesen fett in Teile. Yo. Oder doch. Yo, wie schwer ist das? Hier muss man zu zweit kämpfen. Ich weiß aber nicht, wie ich hier zu zweit kämpfen soll. Yo, ich bin gleich tot. Und mein Kristall kriegt auch davon richtig damage. Yo. Kurze Pause, kurze Pause, kurze Pause. Das besessene Beil ist doch nicht gut dafür. Besessene Beil ist doch nicht gut für den. Doch nicht gut. 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 Das besessene Beil. Paladin Zamas gut. Paladin Zamas gut. Yo. Was macht ihr denn hier behindert? Besessene Beil ist doch nicht gut. Wie nah ist dieses Portal hier? So sehen die Portale aus außerdem. Ich weiß nicht. Anscheinend benutze ich doch Paladin Zamas hier gegen. Paladin Zamas ist doch gut gegen den. Es hat sieben Wellen. Sieben. Bis das kommt, gegen was ich kämpfen will. Was sind das für fette Viecher? Die sind ja fette. Jo. Die ist ja viel schwerer geworden als damals. Das schaffe ich niemals. Was soll ich dagegen machen? Da muss man zu zweit sein. Das schafft man nicht alleine. Das ist unmöglich. Unmöglich alleine. Jo. Hab verkackt. Es ist unmöglich alleine. Man muss zu zweit kämpfen. Einer muss auf der Seite. Der andere muss auf der anderen Seite sein. Ja gut. Okay. Anscheinend muss man bei jeder Seite Partner haben. Das heißt am besten ist es zu zweit das zu machen. Alleine. Ich hab keinen Plan wie man das alleine schaffen. Außer mit denen. Vielleicht mit den. Natürlich mit den OP Sachen von Moonlord. kriegt er es bestimmt hin. Aber am besten zu zweit. Ich wüsste nicht wie das geht. Nicht zu zweit. Anscheinend geht es nur zu zweit. Tja. Tja. Was ist für die Folge. Es war. Diese. Diese Wave. Die kriegt man alleine nicht hin. Unmöglich. Unmöglich. Sag ich dazu noch. Jeder der es geschafft hat. Respekt. Außer die mit den. Ohne. Mit den O'Krim Sachen. Bei denen kann ich. Bei denen kann ich ja verstehen. Wir nutzen einfach Laugh Prison. Und die Hälfte. Der Armee ist schon weg. Okay. Oder ein Jaumeer. Soll auch richtig starke. Das soll glaube ich der stärkste Schwert sein. Ist egal. Jetzt jedenfalls. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr verzehrt mir jetzt mit. Mit Plan Terra. Und mit diesem Golem. Aber dafür kann ich nichts. Mein Aufnahmeprogramm ist einfach. Das einzige was ich habe. Ist so ein verzerrtes Bild. Und dann hört es direkt auf. Wo verzerrt auch mein. Wo ich auch. Meine Ansage mache. Verzerrt aber. Ich verstehe es nicht. Das ist einfach das Aufnahmeprogramm. Abgeschmiert oder so. Ohne dass es angezeigt wurde. Es wurde ja nicht angezeigt. Sonst hätte ich es ja erfahren. Aber es wurde einfach nicht angezeigt. Das ist ja das bitte. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich. Es war letztens ein Sturm. Könnte es vielleicht daran liegen. Dass es wegen dem Sturm abgestürzt ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Was ihr für eine Theorie habt. Jedenfalls. Vielen Dank dass ihr zugeschaut habt. Ich habe jetzt nochmal gegen den Golem gekämpft. Ich sage euch. Es funktioniert mit der Schildkrötenarmor. Ich habe es geschafft. Ihr müsst halt einfach nur nach oben und unten und viel mehr ausweichen. Nicht so aggressiv wie ich gerade am Ende. Als der Kopf ab ist. Ihr müsst vielleicht ein bisschen auswechseln. Wechseln. Jedenfalls. Wenn ihr besessene Beile habt. Wechselt zum besessenen Beile. Besessenes Beile. Jedenfalls. Ich weiß jetzt nicht wann diese Invasion kommt. Ich versuche das in der Aufnahme hinzukriegen. Aber ich weiß ja nicht. Weil wenn das abends ist. Ich fahre mir meistens abends. 2.0 Uhr. Da ist schlecht. Meine Schwester wäre es ziemlich unpraktisch. Wenn ich laut rede. Deswegen konnte ich die meisten Sonnenfinsen nicht aufnehmen. Außer die eine. Aber die habe ich rausgelassen. Weil das. Ehrlich sowieso nichts spannendes aus einer Kettensäge bekommen habe. Jedenfalls. Ich versuche bald. Wie heißt es nochmal. Die. Pumpkin Army. Aber dafür müsste ich erstmal so eine Falle bauen. Dafür muss ich mir mehr Lava holen. Ich werde mir jedenfalls meinen Freund fragen. Ob der irgendwie. Ob sich einer von den Terraria runterlädt. Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich muss irgendwie das. Ich muss hoffen. Dass mein einer Freund sein Laptop wieder repariert bekommt hat. Bekommt. Sonst wüsste ich nicht wie ich das hier schaffe. Es ist wie gesagt unmöglich alleine. Außer wie gesagt für dich auch. Aber ich wollte ja. Ich brauche ja die Sache für. Die Welt die ich jetzt gleich vor mir habe. Die ich mir bald vor mir habe. Also. Das war's für die Folge. Und lass einen Like da. Abonniert. Mein Kanal um mich zu unterstützen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.